Norddeutscher Rundfunk 2021 Pijama-Helden, PJ Masks, Pijama-Helden PJ Masks! Er hält die Macht der ultimativen Ninjalichkeit Ninja was? Das heißt, man wird zum mächtigsten Ninja aller Zeiten Sie ist fort! Seht nur! Seile! Nacht-Ninja! Er will den Berg finden Und den Ring Wir müssen ihn aufhalten Pijama-Helden, jetzt nichts wie los Denn in der Nacht sind wir ganz groß Es wird Nacht in der Stadt Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf Gerissenen Schurken das Handwerk zu legen Abraja wird zu Eulett! Ja! Greg wird zu Gekko! Ja! Connor wird zu Catboy! Die PJ Masks! Nacht-Ninja darf nicht zum Rätselberg gelangen Gibt es eine Spur, Pijama-Helden? Da! Ninja-Linos hinter dem Museum! Er sagt, er will unbedingt mitkommen Er kann die Schrift entschlüsseln Hey, das ist keine üble Idee Pij-Robo, komm mit Zu den Pij-Gelände-Bikes Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst Also, laut der antiken Schriftrolle erscheint der Berg, wenn ich das Portal öffne Richtig? Und das Portal soll angeblich hier sein, richtig? Wenn du so clever bist, dann öffne du es Seht ihr auch, was ich sehe? Dachtet ihr, ihr kommt zum Rätselberg? Träumt ruhig weiter Ausschließlich dieser Ninja hier bekommt den Ring der Ninjalichkeit Bis dann! Man sieht sich irgendwann mal Wir müssen da rein und den Ring als Erste finden Wenn er ihn ansteckt, ist er unverwundbar Wie sollen wir da durch? Ich weiß nicht viel über magische Portale Aber das hier sieht geschlossen aus Super gemacht, Pij-Robo Gut, dass du da bist Los, komm! Wow! Katzenohr Folgen wir ihn Wartet, wenn der Ring auf dem Gipfel ist, fliege ich einfach hoch und hole ihn Ein Kinderspiel Plan B? Das war Plan B Zurück zu Plan A Folgen wir den Ninja Es ist fast so, als wäre der Schlamm vermischt mit Nacht Ninja entkommt uns Wir lassen die Geländebikes hier Gehen wir Eulen Augen Ich kann den Waldrand direkt vor uns sehen Eine Abkürzung? Gut, wenn du dir so sicher bist, dann geh doch vor Wer weiß, was für Kräfte Nacht Ninja bekommt, wenn er als Erster den Ring hat Du kannst drauf wetten, dass ich ihn als Erster kriege Und wenn ich ihn habe, glaube ich nicht, dass ihr Pyjama-Plagegeister noch eine Chance gegen mich habt Und bis dahin Beschießt sie Super-Gettos-Schilde Gibt es noch einen anderen Weg? Hier muss es jede Menge Geheimdurchgänge geben Du bleibst hier und schickst sie in die falsche Richtung Schau mich nicht so an Wir kommen zurück und holen dich Höchstwahrscheinlich Wo sind sie lang? Also dann hinauf Catboy, warte Der mutige Catboy auf dem Weg zum Gipfel Der Ring der Ninjalichkeit wird ihm gehören Hab ich dich sagen hören, du würdest den Ring bekommen, Catboy? Tja, denkst du Wow Oh, die sind wirklich klebrig Catboy, Vorsicht Puh, danke Gerne geschehen Ich klebe fest Halt durch, ich komme Peterobo, du kommst mit mir Wir sind direkt hinter euch Sesam, öffne dich Gut, dann mach du dich nützlich Wow, das ist unglaublich Der Ring muss hinter den Toren sein Er darf nicht als erster dort ankommen Komm schon Aus dem Weg Da ist dein Ninja-Rambo nötig Da ist dein Ninja-Rambo nötig Jetzt ist Schluss, Nacht Ninja Ich hab die Schriftrolle anständig gestohlen Wenn der Ring der ultimativen Ninjalichkeit da drin ist Gehört er mir Ninjas übereinander Cool Oh ja, sehr cool Wenn man ein Meister-Ninja ist Und kein blöder Superheld Wenn jemand den Ring der Ninja-Lichkeit bekommt, dann wir Er gehört in die Hände eines Helden Der Ring gehört mir Super Katzen-Sprung Was? Der Ring, er muss da drin sein Hey, ich hab ihn zuerst gesehen Oh, das sieht nicht gut aus Drachenzungen-Klatscher Hilf mir Hilfe Was ist los? Und wo ist Catboy? Wir müssen da rein Hilfe Ich komme Aber ich bin so nah dran Ich hab dich Oh, klasse Was jetzt? Halt dich einfach fest Catboy? Mann, bin ich froh, euch zu sehen, Leute Wie wär's mit Hilfe? Super-Gecko-Muskeln Super-Gecko-Muskeln Mein Ring Dann nächstes Mal Oh, oh Vorsicht Verschwinden wir von hier Los, 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 los Oh, oh Oh? 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 Oh! Oh? 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 Das wirst du nicht tun. Du kommst mit uns. Katzen schreit. Ihr habt mich vielleicht dieses Mal vom Ring der ultimativen Ninjalichkeit ferngehalten. Aber es ist noch nicht vorbei, Pyjama-Plagegeister. Kommt schon, Ninjalinos. Wie cool war das denn? Und es hieß, es wäre nur eine Legende. Wer weiß, was da oben noch alles ist. Geheime Mächte? Mächtige Geheimnisse? Naja, wir werden sicher zur Stelle sein, wenn Nachtninja seine Finger wieder im Spiel hat. Pyjamax ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Halloween-Gauner Teil 2 Alles läuft genau nach Plan. Halloween gehört uns Schurken. So wie es sein soll. Stop! Hey, das ist noch eine Füßigkeit. Los, lauf an! Springer Leopard, die bösen Schurken arbeiten zusammen. Das sind gleich drei Albträume in einem. Bitte komm, Pyj-Robo. Du musst uns helfen. Hey, gute Idee. Er will die Motten hinters Licht führen. Macht euch bereit! DJ-Robo ist ein echt helles Köpfchen. Aber sie lassen uns immer noch nicht los. Ich habe eine Idee. Auf mein Zeichen. Eins, zwei, drei, Kitschen! Ah! Danke, Eulette. Und danke auch an PJ-Robo. Ah! Frei als hundeverkleidete Kinder haben sich unsere Süßigkeiten geschnappt. Das war's wohl mit Halloween. Wer heult hier? Captain Cameron hilft dir! Wenn ich mich aus einem Netz befreien und einen Geist erschrecken kann, kann ich auch unsere Süßigkeiten zurückholen. Boah! Captain Cameron! Ja! Wir sind diejenigen, die die ganze Arbeit erledigen. Cameron glaubt nur, er wäre ein Held. Tja, wenn wir die Nachtschurken nicht aufhalten, wird niemand ein Held sein. Wir müssen uns konzentrieren. Katzenohren! Die Wölfis. Klingt, als wären sie irgendwo im Park. Los, kommt! Spürt die Superkraft des Halloween-Wolfmonds. Jipp, jipp, jau! Los, komm jetzt. Wir müssen ein Versteck für die Süßigkeiten finden. Schon erledigt, Leute. Ich hab sie in ein super geheimes Versteck gelegt. Cool. Und wo ist es? Ich, ähm... Es ist so geheim, dass ich vergessen hab, wo es ist. Komm schon! Denk nach, Kevin! Wisst ihr, ich hab extra einen Reim erfunden, um mich zu erinnern. Jetzt muss er mir nur wieder einfallen. Hm. Tüten klingt wie Brüten. Also sind die Süßigkeiten sicher... In einem Nest. Wir schnüffeln sie einfach mit unseren Superschnauzen. Rip, Heuler! Hast du das Versteck gefunden? Viel besser. Einen Knochen. Ah! Gut, dass wir noch unseren Super-Welfis gesehen haben. Ich wusste, die Straßenköter würden es vermasseln. Hey, Leute. Die Wölfsspuren führen hierher. Die PJ Masks? Aber die hab ich doch abgehängt. Mein raffinierter Halloween-Plan geht in Wach runter. Ach, jetzt reg dich nicht gleich auf. Wir brauchen einen Angriffsplan. Bleib einfach hier. Die Pyjama-Plagegeister werden ihnen helfen, die Süßigkeiten für uns zu finden. Siehst du? Das ist gar nicht so schwer. Hey, Wölfis! Habt ihr was verloren? Nö! Wisst ihr, wenn ihr uns nicht sagt, wo ihr die Süßigkeiten versteckt habt, bekommt niemand einen Leckerbissen. Hot Dogs sind meine Lieblings-Leckerbissen. Das ist es! Oh, Süßigkeiten! Süßigkeiten! Das Versteck ist bei meinen Hot Dogs. Aber das ist doch kein Reim! Und wo bewahrst du deine Hot Dogs normalerweise auf? In der Hütte. Rudelrauferei! Wir müssen als Erste bei der Hütte sein. Super Katzen-Tempo! Wir haben alle Süßigkeiten gefunden. Ja! Klasse! Aha! Ich hab euch auf frischer Tat ertappt! Es ist nicht so, wie es aussieht. Bei den Ringen des Saturns! Lasst die Süßigkeiten fallen und stellt euch der interplanetarischen Gerechtigkeit! Autsch! Sorg einfach dafür, dass die Kinder ihre Süßigkeiten zurückbekommen! Und ihr hattet tatsächlich die Nerven, euch als Superhelden zu verkleiden! Zack, wer? Hast du überhaupt eine Ahnung? Du darfst dich nicht beraten, Gekko! Aber er... Er streicht den Ruhm ein für alles, was wir tun! Und er glaubt, wir hätten die Süßigkeiten geklaut! Das ist so unfair! So viele Tüten voller Süßigkeiten! Ich könnte die doch eigentlich auch für mich behalten! Oder auch nicht! Flatternde Federn! Was machen wir jetzt? Cameron darf uns nicht in Aktion sehen! Bleibt hier und wartet auf mein Zeichen! Würdest du uns verraten, was du mit unseren Süßigkeiten machst? Du kannst es schaffen! Das sind nur Kostüme! Du bist... Captain... Cameron! Hör auf zu stammeln! Und her mit den Süßigkeiten! Bleib stehen! Zwingt mich nicht, meinen Super-Tornado-Weltall-Kick einzusetzen! Sag bloß, du bist ein neuer Superheld! Ja! Ich bin Captain Cameron! Interplanetarischer Held aus den Tiefen des Weltalls! Keine Autogramme! Ich bin auf Mission! Wow! Warst du schon auf dem Mond? Noch nicht! War viel los heute Nacht! Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss schnell von hier verdurften! Wusch, wusch, wusch! Tschü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü! Er ist kein Held! Schnapp die Süßigkeiten! Wie eklig Motten! Ich entfache den interplanetarischen Sturm! Oh-oh! Jetzt! Unflügelwind! Aua. Boah, hab ich das etwa getan? Und dieses Kostüm werde ich nie wieder ausziehen. Verschwinden, wir fahren hier! Los, los, los! Bevor er uns in den Weltraum schießt! Dann muss wohl ein echter Held aushelfen. Ninja Linus, worauf wartet ihr eigentlich? Auf Weihnachten? Hey, los, hinterher! Hä? Wie? Was? Wohin? Alles klar! Meine Superkräfte haben sie wirklich weggefegt! Mitsamt den Süßigkeiten? Oh, nein! Ähm, wo gehen wir jetzt lang? Oh, in Augen! Wie es aussieht, treffen sie sich in der Kanalisation! Unter der Erde? Komm schon! Jetzt sprengen wir die Party! Wer hat diesen Ort als unser Versteck ausgesucht? Es ist feucht hier! Und dunkel! Und gruselig! Wer war das? Das ist nur dein Echo! Äh! Unsere Wolfskräfte werden ohne das Licht des Halloween-Wolfsmondes immer schwächer! Es gibt keinen Halloween-Wolfsmond! Ihr Fellknäule glaubt aber auch alles! Heißt das, wir sind keine Super-Wolfies? Schluss mit diesem Gejammere! Wir sind hier, um den größten Halloween-Coup aller Zeiten zu feiern! Also, teilen wir die Süßigkeiten auf! Nicht zu fassen, dass sie das durchziehen konnten! Was machen wir jetzt? Wir sind in Unterzahl! Wir haben es geschafft, die Pyjama-Plagegeister im Kreis laufen zu lassen! Und das dank meines brillanten Plans! Was soll das heißen, dein Plan? Das war alles meine Idee! Was ist mit uns? Und meinem super genialen Hotdog-Rein? Oh Süßigkeiten! Oh Süßigkeiten! Das reibt sich nicht! Wow! Den Ruhm einzustreichen ist Ihnen wichtiger als die Zusammenarbeit! Ist das zu fassen? Naja, das klingt irgendwie nach mir! Mir war es vorhin auch wichtiger, wer den Ruhm einstreicht, anstatt wirklich Halloween zu retten! Aber was, wenn wir das gegen sie einsetzen? Zusammen sind die Schurken vielleicht stark, aber ein kleiner Trick könnte sie auseinanderbringen! Das klingt nach einem super Plan! Voila! Zehn für mich und zwei für jeden von euch! Fair und gerecht! Bro, hast du zählen gelernt? Oh Mann! Lecker! Weder fair noch gerecht! Äh, Leute! Da, da ist ein Geist! Auuu! Sowas wie Geister gibt es nicht! Es ist Luna Girl! Sie will uns alle Süßigkeiten wegnehmen und uns wieder reinlegen! Will ich nicht! Aber, da ich Mondkräfte besitze, verdiene ich auch mehr! Blödsinn! Meine Ninja-Tricks sind die besten! Also sollte ich das meiste bekommen! Aber wir haben die Beutel geklaut und verschleppt! Wir sollten das meiste bekommen! Und wie wär's mit? Gar nichts! Die gehören den Kindern, die sie gesammelt haben! Der Eidachsen-Bubi! Haltet ihn auf! Zuerst müsst ihr mich aufhalten! Super-Katzen-Streifen! Ah! 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 Super-Katzentempo! Ah! Ah! Jetzt bekomme ich mehr! Ah! Super-Kicko-Schild! Ah! Kommt schon! Das ist unsere Chance, uns alles zu holen! Super-Ollen-Feder! Ja! Ah! 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 Wir werden es wohl niemals lernen! Hallo! Ah! Es ist der Weltraum, Junge! Er ist zurück, um uns zu holen! Ich bin Captain Cameron! Ich habe euch umzingelt! Drückt sofort die Tüten mit den Süßigkeiten raus! Nichts! Ah! Wir befolgen besser die Befehle des Captains! Ich sagte, kommt raus! Wow! Das war ja leicht! Ihr hättet mich sehen sollen! Ich habe sie verjagt! Was würdet ihr ohne einen super mutigen Helden tun, der euch rettet? Captain Cameron! Klasse gemacht, Captain! Gut, dass ein Held zur Stelle war! Oder vielmehr drei! Dann ist es dir egal, dass sie nie erfahren, wer die echten Helden waren? Nee! Aber wenn es Zeit ist, ein Held zu sein, ist es nur wichtig, das Richtige zu tun! Und jetzt zu den Süßigkeiten! PJ Masks, ein starkes Team! Rettet ihr heute nach Halloween! PJ Kraft-Paket! Ja! 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 Was bedeutet das überhaupt? Ich glaube, das heißt, dass er dich cool findet! Oh! Ich finde ihn auch cool! Er ist unser neuer PJ Masks! Toll, dass er einer von uns ist! Aber was hat er eigentlich so drauf? Tja! Er kann gut mit Maschinen umgehen! Und er macht eine tolle Robots am Monddrehung! Plip! Plup! Ah! Was? Klebe-Klatscher! Nacht-Ninja! Das ist nie gut! PJ Masks, jetzt nichts wie los! Denn in der Nacht sind wir ganz groß! Es wird Nacht in der Stadt! Und eine kleine Gruppe mutiger Helden macht sich auf, gerissenen Schurken das Handwerk zu legen! Amaya wird zu! Oilette! Ja! Greg wird zu! Catboy! Ja! Connor wird zu! Catboy! Die PJ Masks! Hey PJ Robo! Coole Moves! Oh! Du kannst den Katzenflitzer nicht fahren! Das ist schon mein Job! Du probierst neue Sachen am Hauptspeicher aus, stimmt's? Kein Problem Kleiner, das lernst du noch! Cooles Chamäleon! Du hast mein Funkgerät in einen Videoprojektor umgewandelt! Äh... Wir haben schon was, womit wir kommunizieren! Ganz genau! Over! Ja, aber guter Versuch! Weiter so! Hey, schaut! Da ist Nacht-Ninja! Was haben die vor? Finden wir's raus! Zum Katzenflitzer! Äh... PJ Robo? Los, kommt! Wir nehmen den Eulengleiter! Ich kann sie nicht sehen! Kannst du PJ Robo ans Funkgerät holen? Er... Woh! Ein bisschen! Dengren! Woh! Dengren! Dengren! Woh! Dengren! Dengren! Euren Augen! Runter zur Landung! Haratcha! 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 Ihr werdet besser. Konzentration, Injalinos. Hey! Hört auf! Was immer ihr macht. Was immer wir machen? Das ist die alte Kunst der Ninja-Finger. Wir arbeiten an unseren Ninja-Kräften. Damit können wir jedes Gebäude levitieren lassen und stehlen, welches wir wollen. Und ich will... das hier! Levi-was? Levitieren. Das bedeutet anheben. Er wird das Gebäude anheben und es mitnehmen. Gakanda Gekku, das sind üble Neuigkeiten. Äh, das ist kinderleicht. Deine dummen Ninja-Finger haben keine Chance gegen unsere PJ-Kräfte Nacht-Ninja. Super Katzen-Tempo! Los, PJs! Super Eidechsen-Riff! Hä? Was ist das? Picharobo! Super Eidechsen-Riff! Wow! Wow! Er bewegt sich wie ein Panther. Schnell, halt, seine... Schnecke? Catboy, Gecko, was ist hier los? Unglaublich. Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude. Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den hab ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren, wegen etwas, das PJ Robo getan hat. Oh je, vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat. Er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Er hat immer versucht zu helfen. Wollte den Katzenflitzer fahren und er hat auch versucht, mein Funkelheit zu verbessern. Gar keiner, Gecko. Es hat nicht geklappt. Wir hätten ihm helfen sollen. Er wollte nur Teil der Mission sein. Armer PJ Robo, es ist nicht seine Schuld. Ja, wir kriegen auch nicht immer alles hin. Die Tür! Schnell! PJ Robo! PJ Robo? Hallo! Seine Passerie ist fast leer. Er hat seine Energie verwendet, um die Tür zu öffnen. Er hat sich selbst geopfert, um uns zu retten. So wie ein echter PJ Mask. PJ Robo! Bei meinen Katzenschnurrahmen. Was ist das? Das ist der Kristall, den ich vorhin gesehen habe. Okay, keine Sorge. Ich schaffe das. Pass auf! Was es auch ist, es scheint mit unseren Kräften zu tun zu haben. Ich schaff's doch nicht. Versuchen wir's zusammen. Wir kriegen das hin. Wir sind immer noch die PJ Mask. Wir alle. Es passiert was. In meinen Armen kribbelt es. In meinen auch, Gecko. Je stärker ich drücke, desto heftiger wird es. Nicht aufgeben! Stopp! Catboy! Gecko! Eilett! Wow! Was ist das für ein Kristall? Ich fühl mich irgendwie fantastisch. Ich mich auch. Hey, PJ Robo, du hast dich heute bewiesen. PJ Masks, wie wär's, wenn wir Nachtninja zeigen, wer hier der Boss ist? Ja! Was? Ich habe super geklappt. Katzenstreifen. Ja! Was? Ha! Ja! Supergecko-Schilde! Ich bin unbesiegbar! Supergecko-Schilde! Ich bin unbesiegbar! Cool! Hu! Ich bin unbesiegbar! Und dann, du blickst mal! Oh! Ah! 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 Ach! Ah! Ah! Was ist da passiert? Der Kristall hat uns neue Kräfte verliehen, Gekko. Und sie sind fantastisch. Und das alles dank PJ Robo. Nächstes Mal kriege ich euch PJ Max. Ja! Haha! PJ Robo, vorbei ist jetzt mit der Gefahr!